Das Tipi am Kanzleramt. Die größte stationäre Zeltbühne Europas im Herzen Berlins. Nur einen Steinwurf vom Berliner Politzirkus entfernt, bietet eine außergewöhnliche Umgebung für Veranstaltungen aller Art. Mitten im Tiergarten, direkt neben dem Bundeskanzleramt, liegt das Tipi am Kanzleramt leicht erreichbar. S-, U-Bahn- und Bushaltestellen sind in unmittelbarer Nähe. Der Hauptbahnhof ist nur wenige Gehminuten entfernt. Auch über das Wasser lässt sich das Tipi am Kanzleramt gut erreichen. Gäste können gemeinsam, unabhängig von der Verkehrslage, bequem und eindrucksvoll auch auf dem Wasserweg zum Tipi am Kanzleramt gebracht werden. Zahlreiche Hotels befinden sich in direkter Umgebung der Eventlocation. Durch verschiedenste Flächen bietet das Tipi am Kanzleramt Flexibilität für unterschiedlichste Anforderungen. Mit der großen Außenterrasse und anschließender Freifläche bieten sich weitere Möglichkeiten für Veranstaltungen im Outdoor-Bereich, für Präsentationen und weitere Zeltaufbauten. Eine spannende Tagung, ein beeindruckender Empfang, eine grandiose Preisverleihung oder ein elegantes Gala-Dinner. Alles ist möglich und lässt sich im Rund des Chapitaux realisieren. Kulinarisch lässt die hauseigene Küche mit überwiegend regionalen Produkten keine Wünsche offen. Eine umfangreiche Licht- und Tontechnik sowie verschiedene Projektionsmöglichkeiten sind immer dabei und erlauben eine Realisierung ihrer Veranstaltung auf hohem Niveau. Die außergewöhnliche Lage im Tiergarten mit wunderschönem Blick auf das Bundeskanzleramt macht das Tipi am Kanzleramt zu einer wirklich einzigartigen Location im Regierungsviertel für den gehobenen Anspruch. Die Location für das besondere Event, das Tipi am Kanzleramt oder etwas kleiner im historischen Spiegelzelt am Kurfürstendamm. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.